Hat ein Geist einen Mörder überführt? Das soll zumindest im Jahr 1897 im amerikanischen Greenbrier passiert sein, als Zona Hester stirbt. Nachdem der leblose Körper der jungen Frau gefunden wird, ist der Ehemann Throat in tiefer Trauer. Doch allen fällt auch sein merkwürdiges Verhalten auf. Er verweigert eine Obduktion seiner Frau und bei ihrer Beisetzung darf niemand an den Sack treten. Zonas Mutter ist von Anfang an überzeugt, dass es ein Mord von Zonas Ehemann war. Angeblich sei ihr eines Nachts der Geist ihrer toten Tochter erschienen, der ihr erzählte, was passiert sei. Trout hatte Zona das Genick gebrochen. Eine spätere Obduktion bestätigt die Aussage der angeblichen Geistererscheinung. Zonas Genick war gebrochen. Trout wird wegen Mordes verurteilt und bis heute erzählen sich die Menschen die Legende vom Greenbrier Ghost, der angeblich seinen eigenen Mörder überführte.